Wir müssen ihn auf jeden Fall finden. Warum? Er hat ja eh nix mehr davon. Aber nach dem Wunder, dem Banküberfall und dem Baxi, irgendwann ist Schluss mit der Vernunft. Die Leute flippen uns ja aus. Und jetzt ist der Pfarrer auch noch weggerannt. Ein bisschen komisch ist das schon alles. Siehst du das Doktor? Bei dir fängt es auch schon an. Ich bin nicht katholisch. Ich hab einfach noch kein gutes Gefühl. Also doch, katholisch.